Hi Leute, willkommen bei Teezy. Schubex! Und wir haben gestern die krassesten Store Packs geöffnet. Da war ja wieder dieses 700k Pack da, 650k Pack. Wir haben die Lightning Load geöffnet. Also es waren irgendwie Packs im Wert von über 5 Millionen. Und was dabei rauskam, ja, seht ihr? Ihr könnt gerne mal reinschreiben, Freunde. Habt ihr das Pack geöffnet? Ich hoffe nicht. Ich würde es gerne wirklich wissen. Schreibt mal, jeder, der das Video sieht, bitte einmal in die Kommentare. Nee, ich öffne keine Store Packs. Oder ja, ich öffne die Store Packs. Wäre wirklich mal sehr, sehr interessant. Genau, Freunde. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein kostenloses Abo. Oh, und jetzt passt. Und wurden quasi dort dann gekauft. Bei dem guten Frankie. Oh, dir geht es jetzt. Porsche Cabrio ist wie ein alkoholfreies Kier. Das ist Quatsch, Digga. Eieieiei. Das ist wirklich Quatsch. Es gibt so viele Cabrio-Hater. Das mache ich mal kurz auf. Da ist eh noch Müll drin. Ja, Foden, Courtois und wenn du mal mit, nimm mal einen Foden mit, Chat, oder? Das stößt dann auch so ein bisschen auf unsere Grenzen. Genauso wie die Winchester-Eyeignen. Oh. Fipsi ist einer für dich, ne? Ist einer für das Fipsische, der netze, Lukas. Der netzt gern. Ist einer für dich, ist einer für dich. Schön reingenetzt, die Nummer 20. Dass die nach drei Jahren euch gehören, kann ich euch ermöglichen? Ja, es gibt auch einen Palma mal in Mallorca. Kann ich euch ermöglichen, dann sage ich dir ehrlich, dann überlegst du halt nicht zweimal. Er ist wieder unter den Lebenden. Dann sage ich zum beim Regen, er soll sich was drüber ziehen. Ne, geht ohne Mütze raus. Weißt du, geht ohne Mütze raus, Zimmo. Das war ein Große, ne? Was für ein Große? Das ist ein Große. Das ist ein Oedegard mit einem kleinen Stinklische. Netze, Lukas. Kurs auf Palma gehofft, muss bestimmt schon sinnvoll teuer sein, wenn das alles absichert. Was für 50.000, nein, oder? Oh, Chat mit einer Madame-Stadt. Ist das was Großes oder ist das? Barella mit Bühl, perfekt. Jetzt sind auch immer nur die gleichen Stinker. Und heute Morgen war ich dann komplett gefiegt, alter. Nein, die Shisha ist es. Na, das Icon. Äh, 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 Chat. Letztes Pack. Für die Believer. Alter, ein Gartuso. GG-Meister. Digga, geil. Noch mal ein Gartuso eingepackt. Für die Believer. Ich würde mich gerne ein bisschen mehr freuen, aber... 14%. Alter, krass. 14% reich gemacht. Ja. 14%. Mellas, ich bin doch da. Scheiße, war meins gewesen, alter. Scheiß, Porsche-Proof, Digga. Sorry, was kostet's denn jetzt? Weiß ich denn. Ja, gut, das ist kein Zograpp. Chat, ey, ich bin doch da. 115k. Nein, du kostest ja gar nicht 115, wirklich. 115k, okay, Finanz bestätigt. Ey, aber egal, nimm mal gern mit, Chat. Ja, okay. Ist halt auch für so eine Icon hier mit 91. Ich fär mich auch an wie so ein Ketterraucher, ey. Hat jetzt ja die besten Werte da, Mann. Aber ey, sind wir mit. Packen wir in, Chat. Ist doch nochmal schön hier. Wir spielen ganz entspannt eine Runde aus, wer die Zimbus hier kriegt, ne? Wer haben wir hier wieder? Machen wir die Dreier-Salbe wieder? Ja, geh ich mit. Dreier-Salbe, Chat, oder? Ist geil, hier auszuspielen. 700er, 650er, 500er, 400er da. Fang du an? Ja. Da mach ich ein neues Köpfchen mit. Ja, ich fange an mit 12, Chat. Scheiße, du musst aber dreimal die Woche zum Sport gehen. Du musst aber viermal die Woche zum Sport gehen. Aber irgendwann ist dann der Tag, dann gibt's einen Knall wie jetzt. Und dann sitzt du mal eine Woche wahrscheinlich aus. Hättest du wahrscheinlich gesagt, so ey. Boah, ich nehm die hier mit, Chat. Ne? An den Tagen, wo du es schon so gemerkt hast. Ey, heute geh ich einfach nicht und ruh mich mal zwei, drei Tage aus. So, dann wär's wahrscheinlich soweit gar nicht gekommen. Aber, die Gossen, das hängt sich für eine Scheiße. Ich muss ein Kaka mitnehmen. Ist es halt so, ne? Also wenn's aber... Ja, sehr schön. Boah. Fuck, ist das krass, Chat. Ich hab ne Mia-Hem und muss den Rooney mitnehmen, weil Rooney den Extrapunkt gibt. Ist das belastend. Ey, Mia, es ist nix persönlich. Aber ich muss den Rooney mitnehmen. Der gibt einen Extrapunkt, du nicht, Mia. Hey, musst du's machen, Chat. Scheiße. Das ist hart. Boah, das ist eigentlich ein Umding, sag ich euch ganz ehrlich. Kannst du ja eigentlich nicht bringen. Mirko VfB, dankeschön. Junge, 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 Junge. Ja, nimm mal den hier mit, ne? Mia, ey, ich schwörs euch, die Regeln soll... Digga, ich schwörs euch, das müssen wir eigentlich machen. Mia-Hem gibt immer eine oder zwei Extrapunkte. Eigentlich immer einen Extrapunkt. Das müssen wir eigentlich... Da muss ich mit Team Mau reden. Safe, gute Idee zum Muss. Müssten wir ehrlich so machen. Mia-Hem gibt genauso einen Extrapunkt. Böhme, dankeschön. Weil das alles andere ist eine Frechheit. Aber geile Idee. Aber muss ich halt gleich mal Team Mau sagen. Kann ich jetzt halt mitnehmen und kann dann sagen, ja, wir haben's gerade entschieden, gibt einen Extrapunkt, ne? Dass du's auch weißt. Äh, ja, wir können eigentlich sie hier mitnehmen. Beruhigt euch, Chat. Oh, wir machen mal da rein. Oh, Kimi, yeah. Aber sieht jetzt auch nicht so... Ja, okay, ich beschwär mich halt. Aber sieht auch nicht so geil aus, sag ich euch auch ehrlich. Weil du brauchst halt bei diesen Drafts, brauchst du halt Extrapunkte. Ansonsten ist das Murre-Kacke. Hätte man da jetzt mit. Ich glaub, Dortmund ist schon in der Lage, das eigentlich zu regeln. Oh, oh, Aaron Neuf. Ja, Digga, es ist so scheiße. Ah, kann aber Emers. Ja, muss ich mitnehmen. Safe. Kann ich keinen Aaron Neuf liegen lassen. So, vielleicht halbe Stunde früher, wie gesagt. Hals bei mir ist heute wirklich sehr, sehr angekratzt so. Aber ich geb mein Bestes. Dass ich da jetzt ein 78er reinmachen muss. Oh, man. Max mit rein. Prime Konto hab ich verknüpft mit Twitch. Ich küsse doch dein Herzscholle. Oh, wen haben wir da, Chat? Wen kommt man da? Donnarumma. Trapkobel. Bringt uns alles nix. Bringt uns ja alles nix. Weil so kranke Karten hier auf der Bank. Und ich kann sie nicht reinmachen. Simon, lass los. Nee, hat geholfen, Hebexi. Guck mal, auf eine 91 hochzukommen. Das war wichtig. Wir haben zwei extra Punkte. Ah, sehr gutes Draft. Sehr, sehr gut. Alter, chilladino. Was haben wir? Zwei extra Punkte. Untenohin hat es nur 126. Das ist sehr gut. Alter, das ist sehr big. Passt doch mal ein bisschen auf. Ein bisschen aufpassen. Oh, die hattest du eben, ne? Äh, ja. Ja, ja. Aber ich hatte auch nix anderes zur Auswahl. Dann kann man doch schnell der Tee schütteln. Ich bin gleich. Na, 30 Sekunden da darstellen. Dann kann man kurz noch ein bisschen Tee rassen auf. Kein Tude. Der Tude, der Tude, alles. Lm erstmal hinsetzen. Okay, Jungs. Lm mitnehmen. Richtig und richtig. Nämlich ein Pushy mit. Ja, easy. Ah, geil, Alter. Digga, was ist denn das, Chat? Was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Ja, was ist denn? Hört bitte auch wieder. Ja, Mann. Das Ding ist schon wieder over, ne? Alter, ich glaube es. Ich kann es ja mal hören, wirklich. Das Ding ist schon wieder over. Ja. Ja. Ja-ba-da-ba-du! Ja-ba-da-ba-du! Schade. Aber okay, diese Liga, die macht diese Fitna mit mir. Okay okay okay. Hier wird Fitna gelegt. Okay okay okay. Amerikaner. Okay okay okay, easy. Nehm ich einfach malgefützt, frech die Fist mit. Wir hatten heute schon mal jemand in die Hand, der gesagt hat, hebt die Hand. Ich glaube jetzt wäre dann, wenn du jetzt hier verlierst, dritter oder vierte Mann-Folge, wo du ohne Pecklaus gehst. Das macht doch nicht so viel, naja. Ja doch, ich muss auch mal kurz anschauen. Erstmal habe ich mich gefragt, was hattest du für eine Teambewertung? 91. Ja gut, okay, hat der Chat geholfen, habe ich noch gehört. Hat er gar nicht geholfen, das habe ich selbst gemacht. Ich habe von draußen gehört, ah Chat, ja stimmt. Nein, wir haben über diese Mia-Hem-Sache diskutiert. Ja gut, ich muss in den Straft rein, was soll ich jetzt machen, ne? Was für einen Straft? Die wollte er. Die wollte er, was soll ich jetzt machen? Letztens hat er deine letzte Aus eben so, keine Ahnung, was ist denn da los? Die Porsche haben mich fertig gemacht. Nervlich, sagst du? Ein anderer Controller. Ich habe eine 123, was hattest du? Ich habe 124. 126 hätte ich. Den Rest zocken wir eigentlich nie, aber das ist eigentlich das beste. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Drück du bitte zuerst. Nein. Pfff, FC, nimm mal so. Nee, ich nimm so nicht, komm. Ey, das ist auch nicht zu geil. Kölle! Ah, FC Andorra. Okay. Wo sind meine Kölle da, Jungs? FC Andorra. Simao, ja, die waren aber auch nicht zu geil, die erste. Ich glaube, das ist gut, oder? So, perfekt. Erstes Team aus ihm. Ja, schnick, schnack, schnuck. Dann verlierst du heute alles. Scheiße, nämlich große Tore. Boah, wir gehen nach Sydney. Aber nix, wo wieder die Wände dich... Das ist doch wieder... So willst du spielen. Ich will nach Sydney, Chat. Ab nach Australia. Yeah, 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 yeah. Ich habe ein Set vorne drin, Simbo. Scheiße, hab ich ein bisschen Angst. Was denn, wenn du so langsam gewälzt hast? Ach du... Digga, der hat ein Tripling-Boost und bewegt sich wie eine Schwenke. Digga, wo laufst du eigentlich hin? Ja, ich will einfach meine Boost hier austesten. Da geht ja gar nix. Mann, das ist ein Schwenke. Selke! Alter, es wird noch ganz, ganz... Das ist ein Pass-Boost, Digga, der ist so scheiße, der Typ da in der Mitte. Digga, das gibt's doch aber auch nicht, ne? Ey, was ist das? Das ist ganz komisch. Jaaaa! Digga, 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 Digga! Digga, dieser Typ da in der Mitte, der ist egal, was er hat für einen Boost, der ist scheiße. Er ist scheiße. Aber ich sage halt ehrlich, ich hätte schon selbst geführt, wenn ich dann wieder so betrogen geworden wäre hier. Ey, Bro, ich will eine Reihenpa... Hä? Ja, perfekt. Jaaaa! Nein. Aaaaaa! Ey, skimp! 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 Nein, der Boost ist schon wieder weg. Digga, wir sind hier so Müll... Wir sind so Mülleimer. Was?! Oh, Männers. Männers, wirklich. Wirklich, Männers, ist das... Alter, was ist das, Digga? Da geht ja gar nichts! Ich bin saukut. Da geht ja gar nichts! Gut, ich hätte schon geführt... Es steht 0-1-2 Überraschungsball! Ich hätte schon geführt, wenn jetzt meine Schusstaste auf die Flangetaste gelegt wurde, wäre... Du legst eh rüber, ne? Ich mach ins Kopf. Ey, das wird belohnt. Alter! Es wird belohnt, Digga. Ich schwöre, ich kriege jetzt schon wieder direkt volles Kotzen, Digga. Ich schwöre, er hat immer zehn Jahre gebraucht, bis er abschließt. Was macht er denn da? Digga, ich kriege das volle Kotzen, wirklich. Er spielt in seinem Tamagotchi und schießt erst dann! Ja, hopp. Ja, hopp. Was?! Ey, ich werd so gescanchnd! Kölzi jYng! was ist denn da für ein delay drin, schieß doch einfach, spiel dir dann am Pibbelmann rum und schieß einfach ach fick mein Arsch wirklich, ach fick mein Arsch wirklich, ey ich höre es ja, Köln ist halt wirklich so schlecht, das ist geisteskrank, ich kann es nicht mehr wirklich, ich kann es nicht mehr, ach Gott ist das scheiße, ist das eklig was du spielst, ist das geisteskrank, ist das geisteskrank wirklich, ja Männers, komm, muss doch jetzt sein, ey, ey, nein, 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 ja, ja komm schon, komm schon, wir leben, wir leben, wir leben, für dein Zeitspiel, ich geh jetzt defensiv, ey, das ist ein zwölfter All-Boost, wie kann ein, wie kann ein Mensch, der All-Boost oder schießen muss, ich kann es nicht mehr wirklich, sorry Meister, ich hab da sowas in Erinnerung, dass einer letztes Mal so ein bisschen Zeitspiel gemacht hat, jetzt wollte ich mal testen, ob das in der Wolde halt wirklich so gut geht, dieses Zeitspiel, ich wollte es halt einfach mal austesten, weißt du, ey, es ist so ekelhaft, wirklich, yes, bockstark, bockstark gespielt, ich sag euch, das war wirklich, Coach Ludwig hat mich noch mal eingestellt, Coach Ludwig hat gesagt, ey, Simo, geil, komm, spiele bisher auf Zeit, das hat der Zimbo letztes Mal auch gemacht, es hat einfach die Qualität, Bro, mein besseres Team, der FC Kölle, ja, 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 bring mich Peliku jetzt mal da rein, ist das so krank, Digger, Stüsschen. Ist das ein stinkiger Auge, Liga-Chat? Ist das, macht die Auge zu. Ja, ich bin gierig. Ja, okay. Och, na, Digga. Och, Digga. Karma regelt, Jungs. Karma regelt. Man muss gar nichts machen. Ich muss gar nichts sagen. Was für Karma regelt. Bro, es ist ein Player-Pick. Das kann dann, dass er noch besser kommt. Ja, natürlich. Achtung. IJABATABAKU! Ach so. Oh, Prinz ist aber geil. Nein, das ist null geil. Doch, Prinz ist geil. Erst besitzt der Prinz, kannst du nicht sagen. Null geil. Wir haben Erstbesitzer, Prinz. Haben wir nicht? Haben wir es. Null geil. Gegen Prinz kannst du nichts sagen, wenn du gegen die Birgit was sagst. Ich spreche mich voll und ganz gegen die Birgit aus. Die haben ja nicht Erstbesitzer. Ich spreche mich voll und ganz aus. Stell dich drauf, die Birgit. Ich spreche mich aus. Birgit stell dich drauf. Also gegen die Birgit kannst du nichts sagen. Nächste Dienstag hol ich sie mir. Weil da hättest halt einfach mal ein bisschen Leistung gezogen. Das gehört nur nicht zur Wette-Chat, ne? Nächste Dienstag hol ich sie mir. Herr Netz. Herr Schnetze. Den schütten sie aber auch raus. Gibt's heute Sonderangebote, Schnetzi. Das Schnetzelche. So, was haben wir denn da? 1,9 auf Future Star. Komm schon. Oh, ist ne Eiken-Zimmer? Alter, kurz gehofft. Ich hab auch kurz Schiss gehabt. Das ist Doppel-Walkout. Diakete. Auch so ein Pack, ne? Das ist krass, Chat. Ich schwör, der macht mal Dini. Ich sing rein. Das wär so geil. Oh, das ist ein Bouillon. Ich war ganz kurz bei dem Zico. Alter, ich hab auch kurz Schiss. Ich war kurz bei dem Zico. Aber stark. Ich schwör, abgeliefert, abgeliefert. Ich hab kurz meine Stimme wegfliegen sehen, Chat. Sag ich dir ehrlich. Ich hab auch gedacht, Zico erst. Ich dachte, ey. Alle dachten Zico. Ich hab auch. Ich hab mich schon beerdigt. Ich hab gedacht, das war's. Pryol 177. Ah. Ich hab schon kurz gedacht, okay, Feierabend. Muss loslassen. Ah. Aus dem Pack, Digga, geisteskrank. Ich sag auch. Aus dem Pack? Ja, was reden wir hier? Sag ich auch, kannst du echt mitnehmen. Die 7000 Zuschauer sind aber besser, wie letzte Woche dieser eine Zuschauer. Ja, vielleicht. Pryol liegt doch bei 800. Die sind alle jetzt suchen, ne? Die muss jetzt, oder? Mach mal einer jetzt. Die muss? Ja. War klar, dass hier einer drin ist, aber... Mit dem Rotrieb? Was soll das sein? Das gibt einen Sinn. Kimi, ja? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich muss nicht, Digga. Das muss nicht. Das ist schon ein Alibi. Ja, das ist Alibi, Chat. Komplett haben sie dich gehopst. Alle, die uns hier mit dem SAP unterstützen, ich liebe euch. Der ist sogar nochmal da. Der ist sogar nochmal da, Chat. Nochmal time to shine. Inform. Ja, kann aber dann, ne, so ein Getrehte sein. So ein, so ein geswitchte. Ja, so ein versteckte, ne? Aber Zimbo, das ist ein Reißschwester. Boah. Wo denn los? Ich, ey, ich sag dir ehrlich, ich geh auch wieder so weit, ne? Ja. Büh, nett. Aber ich sag euch ganz ehrlich, die großen Packs sind immer ne Enttäuschung. Die kleineren. Da knallt's komplett. Was gibt's denn jetzt hier? Ein Zierske. Wen hat er dabei? Ein Olysee. Was kann der was? Nee, oder? Der kann nix, oder? Falscher Ehrgeiz. Ich guck mal nach, aber der kann nix. 85k. Zierske. 85k, Chat. Das wird jetzt auch so weh, dass du hier diskaden musst, ne? Und einer nochmal hinterher. Jetzt sind's elf. Kuss auf den Nuss. So Chat, jetzt möchte ich kurze Konzentration. Von 31% auf Icon. Das war am Freitag dieses heftige Pack. Bitte. Das ist ne Icon. Das ist ne Icon. Das ist die dritte Icon heute. Mit ner Bühl. Enttäusch mich net. Enttäusch mich net. Fakt, das ist ein Ziko. Was ist denn das? Babel net wird. Babel net wird. Babel net wird. Alter, mit Raserei sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Nee, überhaupt net. Dritte Icon heute, Chat. Für die Believer hat man glücklich gemacht. Nee, net. Weil wir haben doch gesagt, über... Der kostet ja net. Wir haben gesagt, über 800k war doch die Wette, oder? Ja, du bist alle net. Was kostet der? Das ist ja net. Ach, der Chat lang knapp. Ganz knapp. Eine ganz, ganz knappe Sache ist das. Fuck. 799k kostet das. Schade. Leider keine 840 Mauser-Klasse. Du bist der andere net. Mein Gott ist auch nicht viel günstiger. Fuck. Scheiße. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020